Hallo liebe Testofreizeitparksfreunde und herzlich willkommen hier zu unserem Video aus dem Tierpark Bochum. Bevor es jetzt mit unserem Rundgang hier losgeht, noch ein paar Informationen zu den Eintrittspreisen. Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 8 Euro und bei Kindern und Jugendlichen für 4,50 Euro. Jetzt geht's los, wir wünschen euch viel Spaß mit den ersten Impressionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Für uns gibt es jetzt erstmal eine leckere Stärkung. Normalerweise im Zoo ist ja immer eine Bockwurst im Brötchen. Die gibt es ja allerdings nicht, deswegen gibt es jetzt eine leckere Bratwurst im Brötchen. Die lassen wir uns schmecken und danach seht ihr dann ein paar Impressionen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier im Aquarium vom Tierpark in Bochum und zeigen euch jetzt ein paar Impressionen hier aus der Unterwasserwelt. Viel Spaß damit. Ich werde dich weg. Ich werde dich zurück. Ich werde dich zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war jetzt unser Video hier aus dem Tierpark in Bochum, ist ein kleiner netter Tierpark, auf jeden Fall, hat uns ganz gut gefallen, ja wir hoffen das Video hat euch auch gefallen, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video, bis dann!